herzlichen dank an pro dana für die unterstützung unseres kanals unser ziel ist es mit unseren empfehlungspartnern dir die produkte dienstleistungen und unternehmen näher zu bringen die unserer meinung nach für die entwicklung deiner persönlichkeit und deines bewusstseins einen echten mehrwert bieten das heißt wir suchen uns die partner aus von denen wir selbst begeistert sind und die wir von herzen gerne empfehlen können zum beispiel weil wir deren produkte oder dienstleistungen selbst nutzen und oder unsere werte die wir dir vermitteln wollen zueinander passen nachhaltigkeit wertschätzung fairness menschlichkeit und bewusstsein sind für jeden etwas aber längst nicht von jedem gewohnt nachhaltige produkte für eine abfallfreie welt das geht mit pro dana pro dana konzentriert sich auf die entwicklung produktion vermarktung und den handel von umweltfreundlichen intelligenten ressourcenschonenden produkten und energiesparenden ideen besonders aus nachwachsenden rohstoffen du findest bei pro dana eine riesige auswahl an produkten rund um haushalt und küche baby und kind wohnen und bad hobby und freizeit garten wellness bekleidung und vieles vieles mehr also dinge die für dich nützlich sind und gleichzeitig mit dem natürlichen kreislauf der natur im einklang stehen so entstehen hochwertige schadstofffreie produkte die keinen abfall mehr erzeugen sondern nur noch nährstoffe welche am ende eines lebenszyklus immer wieder verwendet werden kann ganz nach dem wiege zu wiege prinzip cradle to cradle das prinzip des natürlichen kreislaufs der natur cradle to cradle bedeutet du hast ein produkt das nützlich für dich ist und nun brauchst du es nicht mehr es kann dann entweder als naturprodukt in die kompostierung gehen was den erdboden düngt woraus dann wieder der rohstoff entsteht der dir nützliche produkte schenkt oder du hast ein produkt das nicht biologisch abbaubar ist aber durch rückgabe und zerlegung wieder 100 prozent rohstoffgewinnung für die neuproduktion nützlicher produkte darstellt so gelingt tatsächlich mit diesem konsequenten konzept eine nachhaltige abfallfreie welt florian ackermann der gründer von pro dana hat seine vision folgendermaßen formuliert durch gegenseitigen respekt den willen voneinander und von der natur zu lernen wird es uns gelingen den verbrauch in einen kreislauf zu bringen in dem es keinen abfall und keine verschwendung mehr gibt wir glauben an eine welt in der überfluss möglich ist in der jeder mensch und jedes lebewesen seinen platz einnehmen darf um glücklich und erfüllt leben zu können geh einfach selbst bei deinem nächsten einkauf zu pro dana und du weißt dass genau das produkt was dir nutzen und lebensqualität bringt die natur und die qualität des lebens schont und gesund hält die links zu ihren seiten findest du unten in der video beschreibung